Ja, hey meine Nerds. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. Ja, da haben wir ja schon den Mittwoch mittlerweile. So, mal eben kurz gucken. Ja, nehmen wir mal... Feuerstoßmodell. Hab ich denn da? Nee, will ich nicht haben. So, mal eben kurz gucken. Ausgerüstet sind wir ja gut. Einmal alles nachladen. So, was haben wir noch alles da? Was können wir nicht gebrauchen? Ja, den Schuhspulver tun wir mal weg. Verstaunt? So, perfekt. Und weiter geht's. Guten Morgen, Sonne. Du hast mein Leben gerettet. Ich habe sicher als Scheiße nicht gemacht. Das war alles Carlos. Er hat dich hier hervorragend und hat dich selbst behandelt. Wahnsinn, Mann. Wo ist er? Ich bin im Untergrund. Barge hat die Vakzine genug, um der Stadt Hoffnung zu geben. Er denkt, er kann das selbst tun. Ich gehe nach ihm. Warte, hast du gesehen die Vakzine? Sie werden die Stadt hochgefallen. Ich versuche, dass ich jemanden, jemanden mit der Strecke, um es zu verhalten. Lass den Schuh zu ihm. Er ist ein Profesional. So bin ich. Ich glaube, dass ich dich nicht aus dem Gehörgarten zu sprechen. Die Verstärung ist unter dem Gehörgarten, unter diesem Krankenhaus. Ich habe Kontakt mit Carlos verloren, also erwarte Probleme. Ich meine, das war ja der richtige Weg, ne? Oh, will jemand mit mich spielen? Hallo? Wenn der da, der mit mich spielen will. So. Und Exit. Exit ist immer gut. Oh, das muss der Weg nach Grund. Wollen wir hier? Na, Brängstau interessiert mich nicht. So. Endlich mal einen Aufzug, wo man keine Batterien finden muss. Nein. Wie ist es, dass niemand in dem Krankenhaus das alles so gesehen hat? Ja. Okay, dann müssen wir erstmal hier lang. Na, sehr schön. Direkt wieder an den Speicherplatz, auch gut. Notiz. Gürtelkrasche ist auch gut. Perfektos. Wollen wir eben kurz das da hin, das da hin. Und dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Einmal kurz speichern. Natürlich ist die Türe wieder abgeschossen. Guten Tag. Der Eingang ist versperrt. Ach ja, da ist der Pisswixer. Ja. Hallo, chill. Jetzt passiert das, was immer passieren darf. Genau. Genau. Ich muss sagen, dass ich deine Fähigkeit respektiere. Aber ich bin froh, dass unsere Spiele enden hier. Oh, du denkst, dass das vorbei ist? Super generiert? Mir war relativ egal. Ich kann auf jeden Fall keinen Aufzug fahren. So. Den Platz brauche ich nämlich jetzt. So. Kombinieren. Perfekt. Wegwerfen. Ja. So viel Munition wollen wir ja auch nicht haben. So. Einmal hier runter. Lieber da auch noch irgendwas, oder nicht? Naja. Nur Pistol-Munition. Uninteressant. Wollt mich grad mal überlegen. Ja. Oh, Pissköter! Mein Gott. Du genauso. Wo bist du? Ich hasse euch. So. Eben kurz gucken. Genau. Hey, mein Feind. Gib Ruhe. Ne. Ich muss mal eben kurz was gucken. Weil der auch so funktionierte nicht, ne? Genau, da muss ich hier lang. So. So. Einmal da durchquetschen. Hier war nix. Genau. So. Hier hoch jetzt. Dann da hoch. Na? Warte mal. Ich will was gucken. Ach, was freut ihr denn, Alter? Was hast du da? Ja, ja. So. Komm, bleib fliegen. Sehr schön. Ja, genau. Die wollte ich haben. Könnte ich den Anfangsbereich wieder öffnen. So ist die richtig. Ja, da muss ich später hin. Schauen wir jetzt erstmal die andere Sicherung. So. 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 whee. Die war hoch, ne? Genau. Sehr schön. Danke. And then mal hier runter. Peter. Bumm. Wollen wir nå and was anderes drin sein? 79 00694 5804 So. Einmal kurz hier reingehen. Mhm. Nö. Nimm mal die Sicherung raus. Einmal nachladen. Perfekt. Kredit-Türe auf. Na komm. Vielleicht schreckt dich doch nicht immer dabei. Kaputt. Sehr schön. Zappel, Philipp. So, hier war dann auch großartig nichts mehr. Ich brauche die Leiter hoch. Und jetzt wieder zurücklatschen. Da lang. Da lang. Hier lang. Öffnen. Dann einmal da lang. Dann einmal hier runter. Kommt hier mein Freund, ne? Blödsinn. So, alle drei Sicherungen. Hopp. Die Leiter wieder hoch. Speichern. Ähm, ja. Genau. Ach, geht mir doch nicht auf den Sack. Ach, Gottverdammt. So, danke. Hallo. Wer ist der Penner hin? Natürlich ist er weg. Ja, was soll er sonst machen? Was soll er sonst machen? Was soll er sonst machen? Ah, ich hab die Magnum nicht geholt. Ach, ich Idiot. Ach, kotzt mich das jetzt schon wieder an. Mann, die nicht noch mal hier? Nö, ne? Kacke. Das war dumm. Hallo. Ich hab mich nicht vergessen. Ja, da bin ich ja her. Bin ich jetzt blöd? Wollen wir das mal sehen? Ach ja, der Monitor. Ja, bla bla bla. Ja, bla bla bla. Bevor sie erlangen. Wie lange haben wir es? Hohen, vielleicht. Dann lasst uns nicht noch einen Sekunden was kosten. Diesen Weg. Machst du mal bitte die Tür auf? Wir holen die Vakzine voran. Na komm, bewegt dich. Oh Gott, ich muss immer auf den warten. Und was ist... Oh Gott. Oh Gott. Tyrell? きます. No! Keep going. We're almost there. No! 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 Shit! Shit! Yeah! No! 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 So, holen wir uns mal den Endstoff. Hopp! Dann bin ich tot. So, ist abgeschlossen. Bist du tot? Ja. Glaub ich sollte mal auf die Knarre umswitchen. So. Bla, bla, bla. So, eben gucken. Die Strich kann weggeworfen werden. Den nehmen wir auch mal mit kurz. Da werden wir dann einmal kurz speisern. Das haben wir hier nicht. Doch, da haben wir noch ne Kiste. Hallo. Naja, Stunkelbeermunition ist immer gut. Benutzen, ja. Perfekt. So, öh. Das Spiel erwartet von uns, dass wir erstmal hier hoch gehen. Da ist nix. Du lebst. Du lebst. Doch, du lebst. Bleib. Liegen. So, Map. Die ist abgeschlossen. Da ist du. Was ist mit dir? Arschloch. Echt? Mein Gott. So. Kann mal nachladen. Perfekt. Nachladen. Also geht's hier weiter. Also geht's hier weiter. Der ist auch kaputt. Überlegen. Mehr am Bad. Hochwertige Munition nur. So. Du bist weg. Hm. Eben gucken. Na, kann man nehmen. Perfekt. So. Einmal gucken. Was haben wir hier noch? Na, Bericht. Du bist weg. Du bist auch weg. Sehr schön. Wollen wir mal immer die Türe öffnen. Was haben wir hier? Override Key removed. Du bist bestig. Du bist bestig. So. Müssen wir den jetzt noch mal hin tun. Hier war das nicht, ne? Okay. Ja, ich hab die aber nicht. Synthesis? Ich muss es mir selbst machen. Okay. Ich muss das herausfinden. So. Dann mal wieder runter. So. Jaja, da gehen wir als letztes rein. Hier haben wir nach oben die Türe, ne? Sicher ist sicher. Nee. Hier ist das. Nein. Okay, da hab ich mich vertan. Upsi. Chill bleibt nicht an der Wand hängen. So. Komm mal rein in die gute Stube. Und hier kommt jetzt. Ui. Misch. Nicht aufgepasst. Komm her, Peerhead. So. Nachladen. So. Gib mal her, das gute Ding. So. Cool Stubbogen. Bleibt schon mal liegen. Ähm. Ähm. So. Eben kurz gucken. Antigenprobe. Ja, da gehen wir gleich lang. Spießpulver. Cool Munition. Cool Munition. Ähm. Nein. Kombinieren. Wegwerfen. Ja. So. So. Großartig können wir ja hier erstmal nix mehr machen. Na, da steht hier GP. Ja, komm her. Oh, warte. Upsa. Boah, wie viel gibt's davon? Boah, wie viel gibt's davon? So. Jetzt gibt mal alle Ruhe hier. Reicht nämlich. So, haben wir hier noch irgendwas? Mit Munition ist immer gut. Weg mal nachladen. Äh. Falsche Tasse. So. Eben kurz hier umgucken. Hey, mein Freund. Okay. Du bleibst liegen. Das ist nett von dir. Warten wir hier nicht nur irgendwo einen rumdackeln. Schießpulver. Laptop. Du liegst so blöd da rum. Du bist tot. Okay, okay. Okay, okay. Bitte aktivieren Auxiliary Power. Ja, bin doch dabei. Das muss sein, was es hat. Ja. Was sag ich denn jetzt? Juckt meine Nase. Ah. So. Ja, haben wir hier drin. Erstes Hilfgespräch. Ja, behalten wir mal. Boah, direkt benutzen. Fertig. Haben wir hinter uns. So, ähm. Welcher Raum war hier hinten? Hallo. So. Ja, genau. Okay, okay, okay. Mal richtig ausrüsten. Na, nur Schießpulver. Soll der Schwachsinn werden. Jetzt passiert hier ja noch nichts. Das passiert hier auf dem Rückweg. Na, du bist tot. Sehr schön, Sturmgewehr Munition. Na ja, stimmt. Oh, aus der Weg! So. Echt jetzt? Bleib liegen. Alter, feiter. Wacht, haben die schon immer so ne Reichweite? Oh Gott. Ah, ne. Unheimlich nervig. Na, überall hier ein Sprengstoff. Kacke hier. Ey, hau ab, hau ab. Nein. So, Glück gehabt. So, ich geh jetzt mal Ruhe im Karton. Natürlich nicht. Danke schön. Danke schön. Bleibst du liegen? Danke. Hallo. Hallo. Und noch mehr Sprengstoff. So. Einmal bitte nachladen. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Ja, du bleibst liegen. Dankeschön. Hallo. Danke. Danke. Okay. Zwei Schuss. Drei Schuss. Muss eigentlich reichen. Ja, kommt schon. Wir spielen. So. Wir haben jetzt Nummer drei. Na, okay. Ich glaub, keine Nummer drei. So. Direkt mal das Schrotkriter ausrüsten. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Warte mal. Was haben wir denn da? Die nehmen wir natürlich noch mit. So. Öffne dich. Bleib liegen. Da lang. Dann da lang. Ja, Leute. Bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann morgen bei einer neuen Folge. Ciao. Ciao. Na, super. Da gerade auch ... Untertitelung des ZDF, 2020